Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, es geht schon! Ich hab's gerade mit meinen Lippen so nachsynchronisiert. Das ist sau unangenehm. Leute, wir spielen heute ne Runde 50-50. Du bist unangenehm. Denn wir haben wieder richtig morgen ne Runde, wenn ich du wäre. Tobi, ganz kurz, wenn ich du wäre, bevor wir jetzt hier anfangen, würde ich auf jeden Fall den hässlichsten Skin reinmachen, den ich überhaupt habe. Weil du hast nämlich immer diesen Skin und ich weiß, dass du diesen Skin extrem gerne hast, den du grad drin hast. Oh, Mensch, schade aber. Mensch, jetzt macht er mal den hässlichsten... Wir können leider nicht spielen. Perfekt, super. Alles klar. Leute, wir spielen heute... Warte, ganz kurz, ganz kurz zum Gesicht von dem Skin zoomen. Okay, warte, bist du? Ja, mach ich. War's gut? Nein, war's nicht. Leute, wir spielen heute ne Runde 50-50. Halt doch den Maul, alter Mann! Wir spielen heute ne Runde 50-50. Denn ich glaube, dass da das Potenzial anderer Leute und sich selber zum Auslasten zu bringen sehr viel größer ist als beim normalen Modus. Zumal es da deutlich schneller vorangeht und wir auf jeden Fall easy direkt den Feindkontakt suchen können. Ich würde sagen, auf geht's. Viel Spaß dabei. Ja, Rivi, da du mein Skin hier geändert hast, würde ich sagen, wenn ich du wär, würde ich auf der anderen Hälfte hier landen. Ist das dein Ernst? Guck mich an, guck mir ins Gesicht. Das ist das, was du mir angetan hast. Junge, du Opfer, alter! Wo soll ich landen? Hinter der weißen Linie hier. Also, wir sind halt der blaue Bus, also kann ich auch theoretisch hier landen. Hinter der weißen Linie. Gut, dann lande ich bei Loot Lake, alles klar. Okay. Viel Spaß, ne? Kannst du da mit hinkommen vielleicht? Nö, ich geh nach Tilted. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich bis zum Ende im Bus sitzen bleiben. Ähm, Leute, also wenn das heute wieder eskaliert, ne? Dann liegt's nicht an mir. Heißt landen, ich kann auch dann direkt wieder... Ich haffe dich! ...über die Linie... Hallo. Heißt landen, ich kann direkt wieder zurück über die Linie laufen, oder nicht? Äh, nö, nö, du lootest er. Kannst du dem Busfahrer bitte noch danken? Ah, ich hab nicht... Du hast es zu spät gesagt. Baby, wenn ich du wär, würde ich in dieser Round nicht eine Rifle aufheben. Hä, bist du dumm? Alter, wie soll ich dann irgendwen killen? Mit Shotgun, Sniper, also jetzt kack dich mal nicht so an. Ach Junge, bitte, ne, komm, ich hab... Ist ne Farmer's ne Rifle? Oh, ich hab ne goldene Farmer's. Ist ne Farmer's ne Rifle? Ja, natürlich. Nein, oder? Doch. Quatsch. Weißt du, was ich mein? Nein, es geht halt darum, dass auch ich ein bisschen Spaß in dem Spiel hab. Ach so. Ja. Boah, ich hab ne goldene Farmer's auch. Ja, nice. Ich hab nur ne goldene Sniper. Grüße gehen raus, mehr nicht. Grüße gehen nicht an mich, weil ich nicht schuld bin. Natürlich bist du daran schuld, du Affe. Du kannst MPs spielen, du kannst alles spielen. Du kannst Sniper spielen, du kannst Shotgun spielen. Wie hat der das überlebt? Woah, der hat diese goldene Heavy-Sniper, Alter. Hey, ist ja alles Gold. Ja, ist only Gold. Ich dachte schon, ich wollte nämlich nicht sagen, dass ich die goldene Skarbe und sowas. Ich wollte nicht... Das kann doch nicht sein, Mann! Ich geh jetzt da hin, ist mir egal. Wohin? Ich f*** jetzt mit meiner Sniper einfach. Wohin? Hä? Was ist das hier in der Mitte? Hier ist so ne Kuppel. Ich hasse dich, Alter. Wenn ich meine Rifle jetzt benutze könnte, du Victor. Hey, hier ist so ne Schwerlosigkeit Kuppel. Halt deine Fresse, Mann! Alter! Hier sind so Zeichen auf dem Berg. Hast du ne Rifle für mich? Halt deine Fresse, Tobi! Ohne Witz! Ich find's grad nicht witzig, Alter! Ich jag die ganze Zeit diesen einen Typen. Ich f*** doch nur. Und ich hab keine Möglichkeit, dich zu töten. Ja, ich f*** auch nur. Du musst mich jetzt nicht so anmachen. Wenn ich durche, würde ich mich jetzt umbringen. Nein! Doch! Halt deinen Maul! Digga, du bist so ehrenlos. Ich bin gleich dauernd. Ich bin gleich dauernd. Das ist doch nicht wahr, Alter! Du bist so ein... Du bist so ehrenlos, Digga! Weißt du? Ich mach dir nen Rifle weg, Alter! Ich bin nur... Digga, es ist so ehrenlos, Mann! Ja, hebt mich auf! Hebt mich auf! Lauf doch nicht hier rum, ihr Affen! Guck mal, die Tate sind hier bei mir! Wenn ich mich jetzt, bin ich nicht... Hast du sowas von verdient, du kleines Arschloch? Du... Ich hab dir gesagt, ohne Rifle, Digga! Das ist doch machbar, Alter! Junge, ich versuch die ganze... Einen Typen mit der Sniper zu töten! Kommt doch hierher! Die laufen hier vorbei! Hallo! Die looten mir, Jungs! Ich liege hier! Außer, hier ist da einer mit... Hallo! Ich hab ihn jetzt mit... Ich hab einfach meine Rifle jetzt benutzt! Nimm der Minigun an mir... Hilf mir bitte auch! Hilf mir bitte auch! Ja, ich komm jetzt zu dir! Ja, ich hab noch 40 Leben! Ja, wie soll ich das schon schaffen? Hallo! Die laufen hier an mir vorbei! Ja, Junge, ich schaff das nicht! Ich schaff das nicht! Ich hab grad meine Rifle benutzt! So ehrenlos! Ey, nur weil ich den Nose genappt! Das liegt auch wieder an dir! Ich hasse dich! Die helft mir... Hallo! Jungs! Vielleicht schaff ich's noch! Ich hab grad ein Auto gefunden! Ja, Digga! 14 noch! 10! Was? Vielleicht schaff ich noch! Guck mal an, wo du bist, Alter! Ich seh dich da hinten laufen! Äh! Ich hab sogar meine Rifle benutzt! Und... Goodbye! Alter, du bist der Größte! Ich könnte dich jetzt schon wieder verlassen! Aber dann würdest du mich wieder auslösen! Äh! Tobi kommt wieder! Ich will jetzt die Aufnahme rein! Ich hab meine Rifle benutzt! Halt! Straftpunkt! Ich darf jetzt zwei mal hintereinander! Okay! Mir egal! Ich leg meine Rifle jetzt hier hin! Das ist keine Rifle! Es ist ne Rifle! Es ist ne Scoped Rifle! Lass die Scheiße! Du hast drei Straftpunkte jetzt schon! Das ist schon damals... Halt deine Fresse, du Bastard! Okay, zwei! So, daneben geschossen! Du bist so schlecht! Guck mal, du spielst einfach weiter! Willst du nicht irgendwie... Ich hab zwei mal hintereinander, ne? Guck mal, wie schlecht! Junge, halt doch mal deine Fresse, Alter! Kling doch jetzt! Guck mal, da steht das doch! Ja, das nimmst du deine Rifle nicht mehr! Du! Du! Ich kling dich doch! Deine Mutter! Du dummer! Du! 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 Aber ich bin jetzt eh zwei mal hintereinander dran! Und du denkst, wir sind über alles! Natürlich! Du hattest zwei Schlafpunkte! Halt die Fresse! Du hast Rifle gesagt! Scope. Da ist ne anderer Unterschied! An anderer Unterschied! Was heißt AR? Es sollt... Run! Es sollt... Run! Es sollt... Rifle. Rifle ist Rifle, du willst sehen. F*** ins Knie, das zählt nicht. Ne, ich bin dran. Doch. Ich bin dran. Wenn ich du wär, würde ich diese Runde keine Meta abbauen. Boah, halt deine Fresse, du kleiner Bastard. Also du darfst abbauen schon, aber halt nicht platzieren und so. Weißt du, du darfst die halt nicht hernig. Ich darf nicht bauen, oder was? Nein! Bist du behindert? Junge, okay. Wenn ich du wär, würde ich diese Runde keine einzige Waffe benutzen. F*** dich ins Knie. Okay, mach ich. Das ist ne Challenge. Das ist ne richtige Challenge. Okay, wenn ich du wär, würde ich in dieser Round keine Shotguns benutzen diesmal. Wenn ich du wär, würde ich mich direkt am Anfang nocken. Okay, mach ich. Dann kannst du aber... Du brauchst aber nicht glauben, dass ich hier noch einmal zugucke. Ich, Tobi, ich werde alles auf ihr bein. Digga, halt dein Bauch. Okay, das mit keine Waffen und Nocken ist echt übertrieben. Nein, das machen wir. Komm, wir machen's. Dann kann ich dir zuschauen, wie du ohne Verbauen spielst. Ja, ich schau dir dann zu. Und du wirst, du wirst der einzige sein, der mad ist. Du bist der einzige, der mad ist jetzt dann. Oh, du kannst gar nicht richtig mitspielen. Bedauerlich, oder? Tut schon weh. Bedauerlich, dass ich danach einfach wegfahre, ne? Ich werde einfach aufgehen. Nein, tust du nicht. Wir nehmen danach noch eine Runde auf. Nein, ich nehm dir einen Sch*** auf. Ist das dein Ernst? Jetzt komm mal runter, du kleines Kind. Junge, Tobi. Ja, guck mal, alleine ist Schatten, ne? Angenommen, dich zieht jetzt jemand hoch. Wenn dich jetzt jemand hochzieht, dann ist das fair. Kannst du weiter spielen. Nein, ich bin jetzt unmöglich. Ich fahre jetzt vom Berg weiter. Ohne Bauen, Alter, Junge. Basis, ich fahre nicht vom Berg. Na, wieso kriegst du denn nicht durch? Du Salti, Alter. Weil ich auf dem Berg war. Wow. Was ist bei ihm los? Mein Mate hat mir das Leben gerettet. Oh, nein! Nein! Ach du, kleiner Hungensohn! Für deine Worte. Du bist so eine Missgeburt, Alter. F*** ins Knie, Alter. So ohne Bauen, Junge. Missgeburt, Alter. Gleich noch ein Junge. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt nur Pistolen benutzen. So, du wirst sehen. Ich bin nämlich jetzt wieder dran. Und zwar, instant Fallschirm abmachen nach dem Fliegen ist ja langweilig. Das wissen wir alle, ne? Halt die Fresse, ich bin dran. Du bist sechsmal hintereinander gewesen! Na, was? Mit deinem Bindernstrafpunkt. F*** ins Knie, lass mich jetzt einfach mitspielen, du H*** Sohn. Ich bin dran. Ja, ich lass dich mitspielen. Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Es ist langweilig, gleich nach dem Flug rauszuspringen, ne? Das weißt du ja. Dann mach einfach eine Sekunde nach dem Rausspringen kannst du den Falschen gleich aufmachen. Und den lässt er noch offen. So unnötig, Alter. Und ich muss mit Pistolen spielen, hast du gesagt? Okay, pass auf. Dann sag ich jetzt, nein, ich sag was Neues. Wenn ich du wäre, würde ich nicht bauen, keine Waffen benutzen und die ganze Zeit an der Stelle tanzen. Ich hab was Neues gesagt. Eine Sekunde auf. Pistensohn, Junge. Eins. Das war aber ne lange Eins. Hallo? Nein. Mein Falscher ist auf. Ja, das waren zwei Sekunden. Das hat man genau gesehen. Halt die Fresse, Junge. Okay, Tobi, wenn ich du wäre, darfst du keine Kisten mehr öffnen. Okay. Ne, das verstehe ich, weil hier liegt auch ne goldene Piste gerade am Dach. Die nehm ich jetzt. Kannst du mich vielleicht einfach runterlassen, du spasti, Alter? Wenn du vielleicht bitte sagst. Bitte. Nein. Boah, Junge. Frag doch einfach nochmal. Kann ich etwas zu essen haben? Nein. Ich hab schon ne Diegel und ne USP. Was hast du? Luft? Haha. So, erstmal bisschen Farben. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt runterfliegen. Dankeschön. Guck mal den Namen von unserem Team an. Ponderhontas und Epsilepsi. Jetzt hat die wieder ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Böses Gesicht hat es mir reingezaubert. So, ich baue jetzt die ganzen Kisten ab, damit die keine andere nimmt, weil ich darf es ja nicht aufmachen. Das ist echt gemein. Wenn ich du wäre, würde ich mir ganz kurz mal 900 Holz farben. Dann sagst du nichts mehr, ne? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt 900 Stahl farben. Das ist nicht. Ich bin in der Stadt ohne Stahl. Okay, Brick. Ja, dann Brick. Okay, Brick. Sonst können wir tauschen, ne? Bisschen traden. Du denkst, du kannst mich hier irgendwie angreifen mit deinen Challenges. Kannst du aber nicht. Wenn ich du wäre, habe ich hier für dich eine Pistole, die du benutzen darfst, weil es ist ein Shotgun. Und zwar die doppelläufige Shotgun. Ist eine Pistole. Keine Pistole. Ist eine Ausnahme, die ich gerade für dich gemacht habe, du Wichser. Also nimm es an. Du bist so ehrenlos. Das Maul. Wenn ich du wäre, würde ich das Inventar aus dem ersten Slot droppen und nie wieder aufheben. Gut, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Komm dir jetzt entgegen. Nein, das hatten wir schon. Ja, ist mir egal. Gut, wenn ich du wäre, würde ich eine hohe Treppe bauen und ich schieße dich runter. Oh. Mit deinem Holz? Oder soll ich dir das noch geben? Okay, du kannst die Ska benutzen. Aber nicht in den ersten Slot, ne? Da darf ja nichts rein. Du bist so ein behinderter Diktor, Alter. Können wir auf die Materialien einfach schopfen und jeder nimmt seine eigenen und gut ist. Okay. Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich gleich beim Gegner in der Nähe mitten rein jumpen und ein bisschen tanzen. Da vorne sind schon Gegner, aber lass die erstmal holen, oder? Ne, ich muss tanzen. Tut mir leid. Wenn ich jetzt genockt werde... Ist da vorne ein Gegner? Ja, da sind einige. Hab ihn genockt. So, hier sind Gegner direkt vor mir. Ich tanze. Hab getanzt. Durchgehend, Digga. Was? Du hast nicht gesagt, durchgehend. Du hast ja Tamschaften gesagt. Okay. Ne, ist cool. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich bin knocked. Digga, ich kann nichts machen, Alter. Ja, jetzt bin ich mit dem Spitzhack jetzt. Boah, was ist das Pistol-Challenge für eine dumme Challenge? Oh, da bin ich auch gestorben. Na ja, immerhin. Ich merke das Tobi. Sehr schön. Easy, ja. Ich hab vier. Noooooooop. So Tobi, Runde Nummer drei. Ich lande jetzt kurz und dann hol dich was zu essen. Alles klar. Wenn ich du wär, würde ich das nicht... Ach, ist ja auch egal. Und wenn ich du wär, würde ich in Detail auf mich aufpassen, hier bei der Cardcheck. Ja? Natürlich, klar. Also hier stehen bleiben ein bisschen und mir am besten dann eine gute Waffe geben und so. Kann ich auch looten oder nicht? Ja, ja, klar. Ich komme gleich wieder. Wenn ich du wär, hätte ich das verdient. Eine Ewigkeit später. So, es wäre natürlich jetzt auch echt nice, wenn Tobi da noch irgendwann wiederkommen würde. Ach so, Herr Sebastian. Sehr schön. Ich habe mich gerade darüber beschwert. Vielleicht mal die beste Waffe geben, die sie auf... also in ihre Produktplakette anzupalette. Ja, ich habe extra zwei Heavy Pumps geholt. Da gebe ich dir auch eine von ab, du. Ah, ist schon nett. Was für ein Handy hast du? Ich habe ein iPhone. Hat das eine gute Kamera? Ja. Wieso? Ne, wollte ich nur wissen. Was hast du dir zu essen geholt? Cornflakes. Was hast du vorher? Was soll ich machen? Soll ich essen? Soll ich ein Video machen, wie ich esse? Nein. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die Cornflakes nehmen. Video starten und mir die Cornflakes in die Hose schütten. Oder auf die Hose schütten. Und dann die Runde damit durchspielen. Digga, ich kann... Ah ja, warte. Ich bin noch nicht fertig mit meinem, wenn ich du wäre. Ja, was noch? Und wenn ich du wäre, würde ich keine einzige Nicht-Fortnite-Aufgabe mehr an mich stellen. So, jetzt bin ich fertig. Also, viel Spaß. Also, ich kann das nicht machen. Ich habe mir die gerade aufgefüllt. Nur ein bisschen. Es geht... Was für ein bisschen? Wenn ich eins ausschütte, dann ist alles hier drauf. Nur ein bisschen. Es ist alles auf meinem Stuhl drauf. Jetzt mach mal das Video an, Tobi. Ich habe das Video an. Ja, dann mach doch. Ich kann das nicht. Ich habe alles zu einer Überwindung. Unser Mate ist da vorne genockt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich mache gerade ganz langsam. Es ist alles auf meinem Stuhl, Digga. Ah, da ist es so. Es ist nass. Ah, ich mache ein Tuch. Ich mache ein Tuch. Ah, ich mache ein Tuch. Es ist alles auf meinem Stuhl. Es sieht so ekelhaft aus. Ich hasse dich ab. Du wirst sehen. Ah, nein. Das ist so. Guck diesen Stuhl an. Ich habe mein Handycard weg. Alter, es ist alles voll. Wieso mache ich sowas? Ich hasse dich. Ich spiele nie wieder mit. Du kannst mich am Arsch lecken, Alter. Hallo, entspann dich mal. Digga, mein ganzer Stuhl, weißt du, das kriegt man nie wieder hier weg. Natürlich kriegt man das weg. Natürlich, Junge. Ja, ich schicke dir einen neuen Revistuhl bald zu. Chill, entspann dich. Halt dein Maul. Digga, ich mache auch noch so viel, man. Ich hätte einfach wenig machen können. Ja, bist du ja selber schuld. Digga, und jetzt? Also keine Nicht-Vortragung haben. Es sieht aus, als hätte ich mich ange*****t oder sowas. Ja, hast du ja. Hier liegen Cornflakes. Hier liegen Cornflakes in meinem kompletten Zimmer. Hey, warum bist du jetzt gegangen? Digga, weil ich... Ich muss mein Zimmer... Es liegt alles auf dem Boden. Es liegt alles hier auf meiner Hose. Weißt du, wie das anfühlt? Ich hab Cornflakes in meiner Hose. Ich hab Cornflakes auf meinem Stuhl. Die sind nass und feucht und ekelhaft. Die liegen hier in meinem Zimmer. Das klingt echt nicht so geil. Warum hast du denn das gemacht? Wir machen jetzt erstmal mein Zimmer sauber. Tschüss. Viel Spaß mit deiner Aufnahme. Tobi? Meinst du, das lässt sich einfach wegfüllen denn, oder was? Ich geh jetzt mein Zimmer sauber machen. Viel Spaß. Ich bin gestorben, Tobi. Hallo. Hallo. Tobi, ich bin gestorben. Gut, Leute. Dann war's das von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Danke für das Video an der Stelle. Der Tobi hat mir echt ne Menge Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall wieder richtig witzig. Tobi, das mit der Milch. Halt die Fresse. Keine, die dich hören. Lass mich jetzt gehen. Mach's gut. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschau, tschau.